Hiho und willkommen zurück bei dem Strategiespiel und Königsmacherfreunde zum Majesty Gold HD Und vielleicht sogar zum großen Finale Gucken wir mal Weil wir sind in der letzten Mission Schmeißen wir mal bestimmte Sachen raus Die wir nicht mehr brauchen Also wir brauchen auf jeden Fall nicht mehr Das heißt Das Safe-Game da müssen wir laden Mit 45 Tagen So Ja Unsere Basis alles steht Soweit Wir können noch mehr Ballistertürme bauen Man kann nie genug Ballistertürme haben Und dann werden wir jetzt mal anfangen Und die Embassy öffnen Und anfangen Leute anzuheuern Da kommt auf jeden Fall schon wieder ein Wehrwolfangriff Das haben wir angeheuert Oh Ein Discord-Warrior Oh sehr schön Wir arbeiten jetzt sozusagen auf unsere Großangriff hin Und verstärken gleichzeitig unsere Verteidigung nur ein bisschen Das ist schön So noch ein Heiler Oder zwei So die Embassy wird jetzt anfangen Irgendwelche Tempel zu füllen Jetzt wo sie sich selber gefüllt hat Ist die Frage Wird sie erst den Außenposten füllen Oder wird sie erst die leeren Gilden füllen Nein sie wird zuerst den Außenposten füllen Weil ich hab hier oben zwar einen Tempel Geht euch warten das Teiltrenke holen Und wir haben da unten zwei Außenposten Wo das auch geht Noch ein Discord-Warrior Das ist sehr schön Das Problem ist halt Jetzt da wir Helden ausbilden Wir haben auch die Angriffe vom Feindstärker Also die Spire-Angriffe Was mich jetzt aber nicht ganz so So was haben wir jetzt noch Ein Heiler Das ist auch gut Du bist Level 11 Also das ist diesmal Eingenommen Okay Ja lassen wir die Leute ruhig bei den Fairgrounds trainieren Geld kommt rein Mehr als genug Habe ich eigentlich Die könnte ich mal upgraden noch Was ist es diesmal Ach noch ein Ranger Ach sehr gut Ja man sieht die Rangers sind jetzt fleißig beim Erkunden Wir könnten denen sogar ein kleines Schub verpassen Soverein Ein Gebäude wurde aufgerichtet Deine Majesty Ein neues Gebäude ist complete Das können wir mal wegmachen So Ich belebe mich mal wieder Sicher ist sicher So hier sind wir voll Ach Ein Rogue ist doch eingetroffen Okay So jetzt fängt die Embassy an Die Tempel zu füllen Also die beiden Tempel die noch leer sind Doch aus Und nur laut Du hast mir zu gut gedient bis jetzt Deswegen wirst du wiederbelebt Oh da ist ein Spy of Death Aufgetaucht Wahrscheinlich weil er angegriffen hat Den kann ich mal so ein bisschen aufdecken Ich sollte nur drauf achten Dass keine Paladine wieder übermütig werden Und ihn einreißen Ah da kommt der Spawn Den tue ich neu ausbilden Level 1er wieder zu beleben Bringt ehrlich gesagt nicht viel Ein neuer Hero hat arrived at the embassy my lead Energies of light Da hat die was vor aber Oh jetzt habe ich sie auch nicht vorgelegt Der ist Berser King Wie viele Lebenspunkte haben die 500 okay 500 kann ich leider nicht mit dem Erdbeben einreißen Aber ja wenigstens sind meine Leute beim erkunden Und ich versuche die Nichts Bei ihr Gebäude mal loszuwerden Einfach damit die nicht mehr nerven Ich finde es lustig wie die einfach wegrennen Sobald sie beschossen werden So hier noch ein bisschen verstärken Bei Geldproblemen haben wir keine mehr Das ist klar Der Tempel ist voll Da fehlen noch zwei Ja wir brauchen viel Geld Ich muss nämlich irgendwann die Rewardflags auf so 3-4 tausend stellen Und sie dann auf alle Spires setzen Sobald wir alle gefunden haben Natürlich Ich habe ein paar Hütten hier Die ich beschütze Ein sehr schönes Königreich Das ich hier beschütze Klingen Terror Das können wir ändern Das war die falsche Kaserne Das war die richtige Gut Dich hole ich zurück Na du kommst doch gut Krieg die Untoten zurecht Ja gut Eigentlich müsste jetzt nur noch das Ding voll gemacht werden Die Kaserne sind voll Hier ist auch voll Die leveln schön ab Looting gravestones und hunting Der nächste Spire Okay sie flieht freiwillig Das ist gut Das hat wehgetan das hat wehgetan Das ist richtig Das hat Das hat Das hat Bis zum nächsten Mal.